Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Road to Commander mit unserem Standardgast. Ich werde hier noch fünf Folgen erwähnen, danach ist es selbstverständlich. Was, was, ja, ja, hier, da finden Sie auch mit dabei. Ja. Und wir spielen die Schäbigste beim Diamant. Hot, bitte, hothead, hothead. Du wolltest nicht, dass ich sie dir erkläre. Jetzt haltest du rum. Ja, jetzt mal nicht rum. Aber in vier Sekunden wird sie gewinnen. Ach, komm, er, der stimmt auch verharrtet. Hier übrigens meine Klassen, für alle, die gerade bei mir zu gucken, so, also, ich meine, da, so, die sehen gar nicht mal so schlecht aus, ne? Komm, komm. Wie viele übernimmt, hast du jetzt eigentlich? 100, also zum Stand vom vierten Viertel. Ich habe die 100 geknappt. Bin stolz drauf. Liebe meine 100 Accounts. Ja, 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 finde ich. Ey, ich habe zweieinhalb Jahre darauf hingearbeitet, also, also, bitte hier. Ja, hm, 235 Abonnenten, ich meine ja. Ja, schön. Ihr habt aber ungefähr mal Werbung gepostet. Ich habe eigentlich so gut wie... Was für Werbung? Ja, ihr habt doch mal unter Ungespielts, äh, Video oder sowas... Boah, Alter. Das war einmal, da haben wir zwei Abonnenten gemacht. Ja, zwei. Okay, trotzdem habe ich nie Werbung irgendwo gemacht, glaube ich, zumindest. Na. Ja, bei euch, mit Together-Projekten und so halt. Und Krieger. Ja, da habe ich bei den Projekten mitgemacht, stimmt schon. Oh, da spielt jemand Schrotze. Leute, da komme ich da hoch im Tod. Dum, 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 dum. Da spielt einer Striker. Alter, keine Ahnung. Boah! Skyl, läuft bei dir. Fick dich! Absch... Achso. Abschuss bestätigt zählt hier ja auch, wenn der andere das ein sammelt. Alter, ich hasse diesen Typ mit dem Striker. Achso, hier gibt es ja noch keinen Sohn. Naja, hier dürfte ich ja eigentlich nie lang gehen. Tut trotzdem einer von den Gegnern. Oh, Alter, der hat mir eine Klette verpasst, der hohen Sohn. Tag. Den Gang sollte ich eigentlich nie entlang gehen. Bin ihn trotzdem lang gegangen. Ich dreiste Sau. Wow! Alter! Oh, Moment. Ist das Messern überhaupt auf... Ja. Ist drauf. Sehr gut. Lol. Alter! Der ist direkt neben mir gespawnt! Ist das eine dreiste Sau? Beziehungsweise, ich bin in ihm gespawnt, oder wie man es auch nennen will. So, jetzt gibt es erstmal noch ein Trönchen. Lol! Alter, immer dieser T4, Jungs! Die gehen gar nicht. Das Aeim sitzt heute gar nicht. Fuck. Oh ja, stimmt. Der ist ja dann unten. Ach, da hat jemand einen Reaper. Nice one. Soll ich... Soll ich... Soll ich mal gemütlich im Gebäude rumhängen? Auch wenn es unser Reaper ist? Alter, lol! Lol! Lol, der hackt. Quartermaster hackt. Ja, der könnte auch Glück gehabt haben. Der könnte auch unglaublich viel Glück gehabt haben. Ist auch genau die richtige Waffe für die Map hier. Ein Sturmgewehr. Oh, da war eine MP7. Fuck you. Ah! Sollte vielleicht mal zu den Gegnern rennen. Noll! Oh, Mann, hat der mich jetzt wieder gesehen, oder was hier? Geht er gar nicht. So, UMP rausgeholt. Jetzt geht's ab, Junge. Gut erholt. Und ab die Post. Ah, come back! So läuft das! Alle in die Häuser! Weil der auch hier so viel bringt, nicht? Meines sind ungefähr mal alle in Gebäuden irgendwie drin. Mein IMS können sie alle haben, von mir aus. Nein! Verdammt! Und dann von hinten. Wow! So. Oh! Oh! Dann kam er von da! Oh, fuck! Osprey, oder was? Nein, finde ich... Los. Ja. Osprey. Nice. Das schreckt mich doch nicht so. Entschuldigung! Du hast geschockt, um den Kopf nicht sehr von so weh. Ähm... Loll? Keißtelefon. Geh nicht, Mann. Ich bin da vergessen. Ich geh da nicht hin! Ey, ich bin um die Ecke gekommen. Oh! Nein, und dann wieder von da. Jetzt gehst du erst mal ein Dröhnchen auf dem Freien. Fuck! Genau dann haut das raus! So eine Farbe! Oh! Ey, du hast gedrückt in der Auflage, oder was? Ich hab genau im selben Moment gedrückt wie er. Die Leute holt doch die Marken und tötet nicht nur die Leute, Mann. Aber so geht das Match doch länger. Ja, aber darum geht's nicht. Ich weiß! Nein, da laufen einfach Leute! Ist du denn behindert? Ich kann doch nicht... Verteidigung, Duggernaut. Nein, da tschuld. Oh, das ist nice. Nicht? Also, in der Klasse brauche ich auf jeden Fall dann mal. Oh, der hat ein Messer. Duggernaut getötet. Nice one. Oh, Alter! Der hat einen Täter. Ich hasse es, wenn die Kerle Artentäter dabei haben. Nice one! Ja, er aim sitzt! Dein ist wohl nicht so ganz. Nein! Verdammt! Boah! Also, der DS... Nein! Der tötet mich manchmal dann doch schon so. Ich muss nur so denken, woher weitert er das? Er liegt doch. Alter! BÄM! Entscheidender Sieg! Das Aim! Das Aim! So muss das sitzen! 16, 14! Was? Habe ich so wenige Marken nur eingesammelt, oder was? Abschlusserienbelohnung. Neu freigeschaltet. Yay! Ich bin mein Pechvogel. Mit dem Rang. Ich habe ja noch mehr Embleme. Ah, ich bin eine Gasmaske. Genau. Ich habe noch mehr. Fingerfertigkeit. Visier. Nice. Willst du nochmal Abschluss bestätigt spielen? Nein, tun wir nicht. Moment, da muss ich kurz Glaser einstellen. Ich will mal kurz gucken, was ich so freischalten kann. Ah, ich kann eine Abschlusssere freischalten. Ah, okay, dann... Dann erzähl mal, was du gestern in deinem Infovideo gemeint hast mit einem Video, was sich jemand ganz besonderes gewünscht hat. Ähm... Es... Also, hast du dir mal was gewünscht? Frag ich jetzt mal so kurz. Okay, genau. Ähm... Genau, das war ja letzten Sonntag. Und... Naja... Nicht letzten. Ich weiß nicht genau, wann das Video rauskommt. Auf jeden Fall... Äh... So um den... Siebten rum, glaube ich. Naja, was haben wir heute? Vierten, fünften, sechsten... Sechster! Genau, am 6. April kam das Video raus. Da ging es darum, äh... Mit Empire Soldatentest. Also, da habe ich... Da hat sich einer gewünscht, dass ich mal, ähm, so Puckelgewehre. Ähm, Raketen. Und... Ja, sowas halt in dem Drumdreh... Ähm... Dem Dreh rum teste. Und ja, warum nicht? Dann habe ich halt ein separates Match gemacht. Habe sie kurz angespielt. Und fertig. Ah, okay. So, muss hier noch kurz überall einen Rotpunkt und so den Scheiß draufhauen. Was habe ich noch gespielt? Habe ich... Ne. Ach, ich habe jetzt eine weitere Schrotze freigeschaltet. Die Spaß ist eh scheiße. So, weiter! Ach, hau rein, was du willst. Oh, okay. Dann brauche ich auf jeden Fall eine Klasse mit Fingerfertigkeit. Ich glaube, da spiele ich am besten nochmal die... Och, nö. Das spiele ich... Naja, Interchange ist aber auch scheiße. Interchange ist ja auch scheiße. Oh, Mann. Ich hasse die Welt. Da muss ich ja aufpassen, dass ich nicht sterbe. Deins hier ist Jack und TSP Semtex. Bitte, wut? Semtex und Jack in dieser Lobby sind dein Level, was du erreichen willst. Noch 71 Schritte fehlen dir bis dahin. Ach, so. Aha, okay. Ich muss noch 71 Schritte machen, dann habe ich das Ding erreicht. Ja. Und ich noch 18. Wow. Das heißt, ich muss einfach nur 78 Schritte machen, dann... Ja, aber das ist halt mit Punkt und Kids leider verbunden. Also so leicht ist es dann doch nicht. Na, ich wollte schon sagen, ey, das wäre viel zu leicht. Aber na gut. Erstmal weiter. Ich wollte gerade was vorlesen und dann startet die Lobby, ey. Die Griechen haben 3,2 Mal pro Woche Sex. Und du? Also ich bin ja auch noch Jungfrau, ich weiß ja nicht, was mit dir so ist, aber... Ja, leider noch. Wer weiß, vielleicht habe ich ja bis dahin eine Freundin, bis dieses Video rauskommt. Dam, dam, dam! Eher unwahrscheinlich. Meine Wuppe! Fickt euch! Ja, wenn ich jetzt im Clan wäre, würde ich sagen, alle zu arm. Ja, ich bin am meisten immer geschützt. Soll ich da jetzt vorrennen oder was los, Leute? Fuck you! Ja. Genau. Das war's dann damit, ne? Ich bin auch froh. Das ist immer dieses... Das ist dann wirklich immer dieses typische, ähm... Genau dann, wenn ich... Was ist das für ein Leggy-Hotz? Hotz? Ja, guck dir das doch mal an, Alter. Ja, das stimmt schon. Allein bei diesem Samtex-Kerl da. Was macht der Jack bei uns? Er hockt mit dem goldenen MG in der Ecke. Hat seinen Taktik-Schick und seine... Egal. Keine Ahnung, was ich dem der Taktik-Einstieg bringen soll, oder? Das ist... Das ist, ähm... Du schaust... Du hast dir auch Fickdurch-Jer-Hacker angeguckt, oder? Ja. Das ist auch der... Provis... Das ist wirklich dieser mentale Vorteil. Des Taktik-Einstiegs. Das hat schon Despin bewiesen. Lol. Da kommt man hoch. Ja. Es gibt so viele Tricks. Ja, scheiß Buggy. Ja. Würdest du vielleicht mal die Bombe nehmen? Ach, Junge. Ihr seid die coolsten, überhaupt. Was ist Jack doing? I don't know. Z ist, müsste... Ne, was ist Team Chat? Y. I don't know. I don't know. Oh. You mean now? Scheiße. Ja, aber er macht die Bombe. Lol. Alter, wie schnell der auf einmal war. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht, okay. Das war vorhersehbar. Boom. Headshot. Headshot. Ich erkläre dir das jetzt nicht auf. Oh, doch. Du drückst B, dann deine Sprint-Taste und dann musst du ganz schnell Leertaste spämen. Dann machst du Speed-Diffuse und Steve is Speed-Plant. Ja. Ich weiß, dass die Bombe defused wurde. Das brauchst du mir nicht schreiben. Danke, Elite. Nein, der Jack hat sie. Ach, du Scheiße, jetzt geht's ab. Jetzt ist endgültig Feierabend. Oh, Alter, Alter. Das ist der Host, der dann einfach mal aufs Desk-Töpfchen oder so sieht. Ja, klar. Also, wir sind ja alle gemütlich mal bei B. Ich guck mal nach hinten, ob da jemand kommt. Dum, dum, dum. Oh, da hinten kam ne... kam ne Granate geworfen. Es wäre nicht schlecht, in dem Spielmodus einen Schalldämpfer zu haben, aber dafür bin ich irgendwie noch ein bisschen zu niedrig-levelig. Habt ihr es jetzt bald mal? Ach, ihr seid schon nach vorne gerannt. Hallo. Seid ihr schon im Flugzeug? Nein. Kleiner, mieser Hund, meinst du wohl? Nein. Ist doch überhaupt nicht auffällig. Defend du die Tür, genau. Genau, genau. Du hast alles richtig. Ja, ja. In der Babo. Wirklich gut, Delta. Oh, ich hab... EIN KILL! Du, Jack, du wirst die Tür haben. Oh nein. Oh nein, bitte. Geht... Also... Ja, ich bin ein Deutscher. Du, du zerstörer. Du! Das Ziel zerstören. Oh Gott. Deutschen. Lobby. Oh Gott, deutschen Lobby. Oh Gott, deutschen Lobby! Please, Quickscope. Nope. Oh fuck. Ja, ist Römer zu Ende spielen. Oh, alter. Da komm. Bambolen, Bambolen, Bambolen. Bambolen, Bambolen. Bambolen, Bambolen. Bambolen, Bambolen. Bamb, Junge. Fuck, ihr wohl. So muss das. Sehr nice. Ich hab gleich mal zwei gemütlich weggeholt. Ja. Oh. Und noch ein Dritter. Beast Mode. So, da ist gemütlich mal keiner. Ja doch, da scheint einer zu sein. Leck, 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 leck. Ja, krass! Nein! Der Kerl hat mich gemessert! So eine Nutte! Weil es so dermaßen geleckt hat. Fuck you! Lol! Tönt ihn doch! Nein! Schlechte Lobby! Aga, Logi! Alter! Akembo-Noob! Noob-Host! Host-Leggy! Host-Leggy! Ja, okay, das Leggy-Host stimmt, aber das mit dem Noob, das war schon wieder... Nein! Doch, richtig stimmt. Ha! Oh, fuck! Sorry, das war ein bisschen laut. Ha! Okay! So, erst mal hier ein gemütliches Ströhnchen raushauen und dann... Achtung! Feindliche Vorräte! Ich hole auch verbündete Vorräte. Nee! Oh, Alter! Leckt der Shit! Oh, ich hab ein gemütliches Geschütz erstmal. Ja, das würde ich bei B rein oder bei A, nee, bei B würde ich es rein. Ich pack das erstmal nirgendwohin. Ich pack das nächste Runde wohin. Alter, hat der auch ein Geschütz bekommen! Wir hatten beide dieselben Vorräte. Boah, eins zumindest noch ins Grab mitgenommen, ja? Das ist das Wichtigste. Oh, ich bin erst gestorben, oder? Ernst? Wo zum Teufel sind die? Die sind alle noch hinten bei ihrem Spawn ungefähr. Da sollte ich aber nicht unbedingt hingehen, oder? Lauf nach links einfach. Aber gehockt. Da langt genau dahinter. Ja, da hab ich doch grad'n Schuss gehört. Lauf nach links. Guck nach links mit Speed, Mann. Nicht so hier... Ich bin eine Schildkröte und ich bin ganz einfach dahinter. Oh, dann kriegst du einfach direkt. Oh Gott, Junge! Ach, egal. Also, wie sieht's aus? Unser Elite, der hat's drauf, der Quickscobt gerade. Dann haben wir noch unseren Hardjesh. Der Jack. Ach, der hat's da hoch geschafft. Ja, das weiß ich's. Ah, Doktor, da muss man irgendwie so komisch... Kommt man da nicht übers... Ja, kommt man über... Ja, genau, über das Flugzeug. Ja, über den Flugzeugglitsch. Hab ich noch nie geschafft. Also, der geht ja bei MW2 auch. Der wurde ja hier nicht gefixt. Aber bei MW2 hab ich's noch nie geschafft. Junge, Jack, was machst du? Aber eigentlich ist's gar nicht schlecht. Ich mein, die müssen planten. Nur keiner ist bei B. Wer lebt eigentlich von denen noch? Der Jakob, oder was? Ja, und der Michael. Der... Ne, der Michael, der ist ja... Der ist, glaub ich, grad reingekommen, weil der hat 0, 0, 0. Also, der müsste frisch rein. Oh, der hat ein Visier. Nice one! Nice! Jetzt muss der Jakob irgendwo planten und schafft er den... Und damit ist hier rum zu Ende. Oh, 2, 2! Very. Sorry. Das war nice. Jakob, du Pimmel an! Ich hab drei weggeschnübten. Jakob, du Pimmel an! Was? Jakob, du Pimmel an! Genau, Junge! So muss das. Oh, leck! Also, ich stell mal das Geschütz da in diesen Gang, hier. Moin! Fuck you! Mein Geschütz macht jetzt noch Arbeit. Wenn's noch Arbeit machen kann. Also, der ist ja mal tot, ne? Und schon mal weiter, der... Ja, der stimmt auch, ganz gemütlich. Was hast du für ein Aim, Junge? Ja, genau. Genau. Der leckt ein bisschen. Guck, wenn ich jetzt... Ja, tue ich doch! Und... Links. Rechts. Oben. Unten. Das sind zwei. Alter, also, dieser... Der OG, der hat definitiv einen sehr top Versteck. Also, ganz ehrlich... Der ist so leicht zu töten. Gott, ist der dämlich! Achso, ich hätte schon gedacht, der Schuss kam von ihm. Ich dachte schon. Der hat von unten... Der hat von unten... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Move on! Yes, OMG, Camper. Da spielt jetzt mal irgendeiner Schrotze. Da müssen noch... Achso, am Ende des Gangs, oder was? Wir spielen Call of Duty, also Sniper sind nichts Besonderes. Edit mich! Nein! Allein, wenn so einer sagt, kann der schon mal gar nicht in... in einem richtigen Clan sein. Ich helfe dir! Oh, der Volltreffer hat mich gerade gerettet. LOL! Alter, was war das denn bitte? What the fuck? Alter, später, ey. Das war nicht schlecht. Übrigens, einer da links müsste... Ja! Die sind überall übrigens, ne? Nur so am Rand der Welt. Und der O.T. Und der O.T. Das wird sicher. Oh, alter, Hanisch und Jack haben die Spieler einfach mal verlassen. Und... tot. So bad. Wie heißt der Typ? Okay, O.T. 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 Ach so, war's das ja schon, ist es langweilig. O.T. 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 So, jetzt verlassen wir erstmal die Dreckslobby. So, ich muss die Folge beenden. Nein, warte, du musst noch kurz mal auf mein Name gehen und dann musst du gucken. Nein, du bist kein verrückter Bomber. Na doch! Nein, bist du nicht! Nein! Ich mach die Farbschwung. Hat doch ein bisschen Tage. Tschüss! Servus!